Adhier kann mit externen Geräten wie FM-Systemen, Telefonspulenempfängern oder Smartphones verbunden werden. Passende Kabel können bestellt werden. Verbinden Sie das externe Gerät durch ein passendes Kabel mit dem Audioprozessor. Achten Sie darauf, dass die Punkte auf dem Kabel und der Unterseite des Audioprozessors auf derselben Seite sind. Verwenden Sie Programm 3, wenn Sie Adhier an externe Geräte anschließen. Durch Drücken des Programmknopfes können Sie einfach zwischen den Programmen wechseln. In Programm 3 werden Klänge von externen Geräten direkt in Ihren Adhier-Audioprozessor eingespielt. Gleichzeitig können Sie auch Geräusche aus Ihrer Umgebung hören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017